Ach da, hallo, hallo Herr, Herr, Herr Zombie. So, peng. Hier unten geht's weiter. Heia, 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 wir können, wir können, wir können, leg dich mal rein. Wir können, wir können. Ja, scheiße, wo hab ich mein Bett? Kiste? Ach, da ist er. So, Bett, Bett, also, du kannst nicht schlafen, wenn wir uns deiner Nähe sind, jetzt. Ich schon, komm zu mir hier. Ja, ist schon, ist schon. Ach so, alles klar. Hat geklappt, aber gut. Warum tust du das Bett wieder weg? Spooky, Spooky, wenn du ein Bett abbaust, indem du, bleib mal hier, indem du geschlafen hast, guck mir mal ins große Auge. Wenn du ein Bett abbaust, indem du gerade geschlafen hast, hast du deinen Spawnpunkt vernichtet und du spawnst wieder am ursprünglichen Punkt. Doch, du musst das Bett stehen lassen. Doch. Echt? Doch, ja. Ja. Dann kommt die Meldung, dass dein letztes Bett nicht mehr da ist, nicht mehr existiert. Oh, ein Skelett. Ja, okay, hab ich nicht gewusst. Merken. Interessant. Ja. Gut zu wissen. Nicht, nicht, nicht machen. Also, wenn du draußen so unterwegs bist, ne, was weiß ich, auf Wanderschaft bist, okay, dann kannst du das machen. Weil dann ist es letztendlich ja eh egal, wenn du halt den Spawnpunkt verballert hast, dann, ne, also beziehungsweise dein Bett halt kaputt geht aus Gründen, ist es, ist es egal. Aber, ähm, jetzt in unserem Fall hier würde ich das halt nicht machen. Okay, ja. Oh, ich hab hier die nächste Höhle gefunden. Schön. Ich, äh... Ja, hi. Hi! Ähm, ich hab da ein Spooky gefunden. Ja, 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 kann sein. Jetzt verdammt viel Eisen und Kohle. Ja, ich mach hier mal gerade alles zu. Ich baue einfach mal fleißig ab. Ja, 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 mach du, mach du, mach du. Schön fleißig. Genau. Ach, hier ist noch mehr Eisen. So eine Glücksspitzhacke bräuchte man, um Diamanten abzubauen. Oh, yes. Oh, yes. Das wär super. Das wär richtig geil. Das wär klasse. Aber ich glaub, dafür braucht man Bücher außenrum, dass man genügend, äh, Dinge hat. Ähm, ja, sagen wir mal so. Bücherregal hab ich. Ja, sagen wir mal so. Du kannst auch mit nem niedrigen Level das hinbekommen. Aber die Chance ist so gering. Genau. Man kann, man, du kannst das ja nachlesen auf diversen Seiten, wie so die, die Chancen sind, um, um einzelne Sachen halt zu bekommen. Okay. Wenn man nicht die Bücher nutzt und so ein Kram. Aber das ist, das kannst du vergessen. Das ist rudimentär, ehrlich. Also das, was wir hier schon kriegen, das ist schon nicht schlecht. So mit zweier Stufen, so Unbreaking 2 und Kram. Hi. Hi. Ist ja noch mehr. Da hinten geht's ja noch weiter. Oh. Nice. Da war ich auch grad auf dem Weg. Nice Höhle. Und die ist lang. Und auch bald leer. Und auch zu Ende. Und leer, natürlich. Und das auch, genau. Nachdem wir da waren, da ist nichts mehr. Ähm, die Spitzhocke ist jetzt echt ein bisschen flott. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht zwei Klötze auf einmal weghau. Wie viel Effizienz hast du denn drauf? Zwei? Ich glaub zwei, oder? Warte, lass mich gucken. Drei ist richtig flott. Äh. Ne, drei, drei, drei. Drei ist richtig flott. Ja. Ich hab momentan auf der einen noch zwei drauf, aber ich, äh, baue die erstmal so lang ein bisschen kaputt gehen. Ja, ich hab noch eine mit eins vorhin in die Kiste gelegt, weil ich jetzt keine Einser mehr hatte. Deswegen hab ich die mal in die Kiste gelegt. Also solltest du irgendwie eine Spitzhocke mit eins kriegen, dann hast du dann noch einen, dann hast du wieder zwei und dann, ne? Um weiterzukommen halt. Aber so, so, so lebt sich das erstmal sehr gut. Genau, genau, genau. Oh, da unten geht's ja auch noch ein nächstes Loch. Okay. So. Mmh, 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 cool wäre jetzt hier. Diamanten. Nein, das auch. Nee, der, der Hammer, den ich jetzt, ähm, bei mir in meinem Pack hab, ähm, damit schlägst du ein neun, ein, 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 ein 3x3 Feld mit einem Schlag raus. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr krass, weil es spart sehr viel Zeit. Oh, guck mal, wer da oben steht, wessen, 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 grüne Füße da so ein bisschen schimmern. Und so ein, oh, hey, ja, ich, äh, oh fuck, ich hab keine Feile mehr. Ich hab keine Feile, Feile, Feile. Ja, ich bin leer. Schlecht. Und ich hab ein böses, ein böses Wort gesagt. Welches böse Wort? Mit F. Echt? Mhm. Ich hab ne Scheiße gehört. Ich hab auch ein anderes gesagt. Das ist wohl untergegangen. Ich hoffe es. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einen Audiobeweis. Gut. Ich vermeide es, ich versuche es zu vermeiden, solche Dinge zu sagen. Im, ähm, in einer Aufnahme. Ja. Nein, ernsthaft, weil, äh, ich versuche immer sehr, ähm, ups, hey, hier geht's aber runter. Sehr, ähm, 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 wie sagt man? Da unten hat's nicht. Familienfreundlich zu sein. Nee, hier ist nix, hier ist nur ein See. Hier ist nur Wasser. Ja, ja, nur Wasser. Erstmal duschen nach zehn Tagen. Genau, guck mal, wie, guck mal, wie, wie, wie pratzig das Wasser hier aussieht, ey, wenn, wenn, wenn man da drin war. Ja, das ist furchtbar. So. Geht's hier noch weiter? Ja, da ist irgendwas. Ja, ja. Also, da ist schon wieder Minenschacht, so. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ein Minenschacht? Da ist Gold, oder? Doch, da ist Gold, ja. Ich geh mal hier hinten weiter. Oh, da ist ein Freund. Dicher Versicherungsvertreter. Es war einer. So. Oh, hier ist, hier ist schön, hier ist viel Gold. Gut. Und hier geht's sogar weiter. Ja, für, nimm alles mit, ich, äh, räum hier oben auf. Und nimm alles, was da ist. Okay, hier ist noch ein bisschen. Hier geht's richtig weiter, oh mein Gott. Ah, gut. Schön. Und weißt du, was wir schon wieder nicht gemacht haben? Die Koordinaten hatten uns gemerkt. Wir finden bestimmt zurück. Müsste gar nicht. Ansonsten, äh, stirbst du halt und gibst dir die Wachen. Ja, ich kann sterben, genau. Ich darf das. Ich darf sterben. Mein Bett ist noch da. Genau. Ähm, was hast du gesagt? Da unten geht's weiter. Pass auf. Ich komm mal, geh von runter. Ja, verdammt viel. Ich muss mal hier zwei Fackeln hin. So. Oh. Bam. Okay. Hi. Ach, da hinten. Oh. Na, was macht ihr da unten? Kleines Bad nehmen? Hä? Okay. Super. Oh, das ist schlecht. Wer, 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 wer badet da? Höhle, Schirr, Nimo. Äh, niemand. Äh, Luftblasen. So. Hoch. So. Wasser abstellen. Oh, das ist... So, jetzt brauche ich erst mal wieder fackeln. So. So. Gut. Okay. Ja, hier ist ja... Ach, du bist schon am Ende. Geht's hier hin, da weiter? Es geht in die andere Richtung noch weiter. Ja, eben, deswegen will ich nämlich wissen. Ach so, da meinst du? Ja, 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 ja. Auf der Karte schon. Warte, ich mach mal mit der Schaufel. Ah, wir... Ach, du hast eine Schaufel? Super. Ich nehm mich nicht. Ja, da geht's tatsächlich weiter. Und zwar geht's wieder nach oben. Okay. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es nach oben geht. Und wir waren hier schon. Hier sind Fackeln. Ja, wir waren hier schon. Ah, das ist der Weg. Hier geht's in das Gebiet, was, ja, noch nicht so wirklich erkundet ist. Genau. Okay. Ah, und wieso hab ich mir das hier nicht gekennzeichnet? Wir sollten jetzt vielleicht zusammenbleiben. Ja, ja. Und schon bin ich weg. So. Ja, ja, schon vorbei. Oh, hier ist noch ein bisschen Eisen. Ich such gerade den Eingang, den ich da hatte, aber ich finde ihn nicht mehr. Hey. Okay. Wo war Eisen? Ach, da unten. Auf dem Boden. Oh, da scheint das weiter zu gehen. Oh, hier ist unser Zuhause. Hier, hier geht's weiter. Wo geht's weiter? Da, wo Eisen war. Echt? Wie weiter? Also, unten weiter. Mhm, mhm. Oh mein Gott. Ach, komm schon. Ach, Menno. Oh Gott, das ist doch nicht wahr. Das nimmt kein Ende. Boah, das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesending. Ja, pfff. Da musst du mit leben jetzt. So, dann nehme ich hier oben noch das Gold mit. Ah, ein, zwei, drei. Hinten dran vielleicht noch Gold? Nö. Eins, zwei, drei. So, Gold. Gold. Okay. Fackelchen. Habe ich da auch... Was? Alles dabei? Nein. Ja, so. Ähm. Gibt's schon. Oh, eine Fackelchen. Schön, schön. Hm. Hm. Ich folg dir mal. Oh, da geht's auch noch weiter. Ja, hier geht's überall weiter. Es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. It's too much. Ja. Es ist too much. Und ich glaube, wie gesagt, da ja auf der einen Seite dann nochmal so ein riesiges Gebiet ist, dass das zwei, zwei von diesen Minen oder Mein Chefs halt sind, ne? Also, zwei Eigenständige sozusagen, die halt miteinander verwoben sind. Oh. Weil so groß sind die normal nicht. So groß sind die nicht. Also, sie sind... So, glaube ich, auch mehr wie zwei hier ineinander. Das kann, das kann, das kann sein. Können auch drei sein, ehrlich. Das ist viel zu groß, viel zu groß. Mhm. Oh, wir können schlafen. Ja, ich muss ja nicht. Du musst. Ja. Okay. Ich muss, aber ich kann nicht alleine. Ähm, ja, es tut mir leid. Oh. Draußen tuten sie rum. Ich glaube, wir haben ein Froher geschossen. Ach, das ist halt Fußball. Ja, heute spielt Deutschland gegen England. Okay, ich mag keinen Fußball. Ja, ich auch nicht. Nicht wirklich. Ich bin da sehr... Brauchst du einen Bogen zum Verzaubern? Äh, ich hab doch von dir den. Ja, vielleicht kannst du da ja noch mehr draus machen. Hopp, hüpf ins Bett. Na rein, bevor es Tag wird. So, äh, war's. Ach, du bist so hell, aber du strahlst wie so ein... Ach, strahle, Martin. Ja, ehrlich. So, was hast du gesagt mit Bogen? Da ist noch ein Bogen drin. Da ist kein Bogen drin. Da kannst du... Da ist ein Bogen drin. Da ist ein normaler Bogen drin. Ja, ein normaler Bogen. Ja. Da kannst du ja verzaubern. Und wir haben ja Strings. Ach so, ja, aber das wird... Puh, also wenn ich glücklicherweise ein Unbreaking kriegen würde... Man kann's probieren. Dann, ja. Schauen wir mal. Man kann es probieren. Nee, Power lohnt sich nicht. Nee, Power lohnt sich nicht. Und jetzt auf drei zu spendieren, um vielleicht... Puh, nee. Nee, ah-ah. 22 Diamanten. Wow. Unbreaking efficiency. Ich mach mal. Nee, das lohnt sich auch nicht. Nee, lohnt sich nicht. Ich müsste was anderes verzaubern erst, um zu gucken, ob ich noch irgendwas... Ups, ob ich noch was anderes kriege. So, wo haben wir hier das und das hier? Sag mal, hebst du wirklich Gravel unseren Zeugs auf? Warum? Und Granit? Und Diuride? Und Andesamt? Ich fammel einfach alles ein und... Aber das belegt doch nur Platz. Ja, war keine Absicht. Ich hab einfach nur alles reingeworfen. Okay. Okay, warte. Salz. Du wirst auch Kief rein. Ja, mach ich, weil du's ja reinwürfst. Ja, ich hab's alles wieder raus. Okay, da kannst du wieder Goldblöcke, endlich Goldblöcke, äh, Kohleblöcke machen. Ja, würde sich theoretisch lohnen. Ja, würde sich wirklich lohnen. Mein Gott, ich hasse diese Bubuselas. Das hört sich an wie der Idiotenruf. Äh, äh, äh. Ehrlich? Das ist wirklich so. Blöden Digger da draußen, ey. Mann. So. Oh, aus den Eisendingern könnte man eigentlich auch mal richtige Blöcke machen. Ja, dann mach doch. Ja. Ich hab hier noch mehr Eisen. Pass auf, ich, äh, du hast was erzählt. Genau, hier. Ich nehm mir mal, äh, obwohl das ist ja jetzt eigentlich, war das jetzt noch... Ist doch egal. Wurst. Mach das jetzt einfach. Du musst die auch noch ein bisschen im Auge behalten. In einer Stunde hab ich nämlich GTA-Aufnahmen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Hab ich schon... Gut, gut. Berücksichtigt. Oh, da ist ja noch mehr Eisen. Ich weiß, dass du da was Termin nicht hast. Teil doch bitte die Eisenerze aus. Was? Die Eisenerze aufteilen auf beide Öfen. Ach so, ja, nee, ich hab die nicht... Das waren nicht so viele. Das waren, glaub ich, nur 22 Stück oder so. Die hab ich nur damit reingeschmissen gehabt. Okay. Ach so, das war jetzt nicht, äh, beabsichtigt sozusagen. Nee, nee, passt schon. Alles gut. Ich würde das jetzt machen auf dieses... Noch mehr Eisen. Das dann mal da reinwerfen. Sollte ich mal gucken, dass ich die ganzen Sachen hier zerstöre, die Steine, die man nicht brauchen. Wobei man die eigentlich auch sammeln könnte, wenn man was bauen möchte. Was? So die ganzen Steine. Ja. Klar. So. Das lohnt sich nicht. Ähm. Wie viele Eifelblöcke? Was? Ja. Viel, ne? Kommt viel zusammen langsam. Ähm. Hm. Was, äh, es ist schwierig. Hm. Ja. Oh, ich hab hier Gold. Wieso hab ich denn hier... Gold. Können wir schon Goldblöcke machen? Unglaublich. Und Lapisblöcke können wir auch machen. Weißt du was? Die mach ich auch eben. Lapisblock. Diamantblöcke könnt man theoretisch auch machen. Mhm. Aber ich bin froh, dass wir so viele, äh, so viele, so viele Früchte und so weiter gefunden haben. Äh, Obst meine ich und Früchte und... Ja. Ja. Schön. Schön. Sind das so Liesen? Ne, sind das nur Blackberry. Schade. Lustige ist, wir könnten die theoretisch sogar hier unten anbauen, ne? Also, wenn's jetzt auf hart auf hart kommt, können wir die tatsächlich hier unten anbauen. Theoretisch, ja. Äh, und du würdest hier unten überleben. Ja. Erstmal. Aber ich glaub, so ein Ding, äh, un, äh, un, äh, unverarbeitet, gibt, glaub ich, nur einen halben Hunger oder einen ganzen Hungerpunkt. Keine Ahnung. Wir könnten... Ja. Keine Ahnung, aber du kannst ja kombinieren. Aber die, 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 die Dinger brauchen, die Dinger brauchen doch, äh, Licht zum Existieren. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaub, nee, ich, ich, ich... Doch, also die anderen Sachen brauchen Licht. Bitte? Die, die Original-Sachen, also Karotten, Kartoffeln und Weizen brauchen Licht, meines Wissens nach. Keine Ahnung, hab ich noch nie ausprobiert. Also, ich weiß, dass Bäume, dass Bäume unten in den Höhlen wachsen. Das, das weiß ich. Das hab ich mal vor vielen Jahren hab ich das mal gemacht. Ja, vor vielen Jahren war das ja noch, aber es wurde irgendwann mal... Ach so, das ist gut, dass wenn's gefixt wurde, das mag sein, das kann sein. Wurde gefixt. Ich mein, ähm, pass auf, äh, haben wir hier irgendwo Erde? Juhu, ich hätte, ich, ich hätte eine Idee. Ja, haben wir hier irgendwo Erde? Ich hab noch ein Bird-Sappling. Ich, 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 ich hätte Erde. Den, den kann ich eben mal irgendwo hinsetzen und gucken, was passiert. Ganz einfach. Ich, ich würde sagen, wir können ja eigentlich einfach mal alles zusammenpacken und, äh, mal mitnehmen und weiter. Willst du nach Hause? Ach so, nein, 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 nein. Ich meinte du. So, ne, weiter. Also, in, in, in der Höhle weiter. Oder was? Ja, in der Höhle weiter, aber dass wir halt unsere Sachen mit dabei haben. Hm. Wenn wir's hinkriegen, klar. Ja. Wo wollen wir hin? Wir haben jetzt ja vier Inventar-Dinge. Einfach mal zusammenpacken und dann mal gucken. In die Richtung, wo ich mal gefunden hatte, weil da ist noch echt viel? Oder ganz woanders hin? Können wir handhaben, wie wir da, wie wir lustig sind? Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich, äh, bin da flexibel. Absolut. So, mach ich auch mal Kohleblöcke. Okay. Nehme ich schon mal den. So. Einen von denen mit. Und, äh. Ganze Grünzeug mit rein. Den Schandmantebel nehmen wir mit. Und den da da mit. Eine, äh, mein Bett. Oder ein Bett. So. Was darf ich denn einpacken? Ähm. Was da ist. Was da ist. Ich, ich pack einfach ein, was. Genau. Und dann ist schon gut. So. So. Eine Stone Pickaxe. Also, die kannst du eigentlich hier lassen. Ja, die kannst du, ja. Die kannst du wegbringen. Eben. Wow. Ich hab mit dem Obst-Gemüse-Zeug, äh, zwei Dinger voll. Boah. Ja. Okay. Okay. Dann pack ich auch noch mehr ein. Gut. Ähm. Yum, yum, yum. Das ist diese Taste. Okay. Dann da. Und, äh, da, 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 da. Brauchst du noch Kohle oder hast du Kohle? Ich hab Kohle. Okay. Ich hab jede Menge. Okay. Halt. Den lassen wir hier. So. Dann packen wir mal hier die Sachen alle oben rein. Das hier auch noch. Dann haben wir hier noch Eisen. Okay. So. Genau. Den packen wir da oben rein. Die nehm ich wieder. Das hier rein. Okay. Also, ich bin soweit durch. Kisten hier lassen. Wem? Die Kiste. Na. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Gut. Werden packen wir nicht noch mal welche machen. Bisten nehmen wir mit. Nimm alles mit. Okay. Nimmst du deinen Ofen mit? Meinen hab ich schon. Und dein, uh, dein Bett.